Guck guck, da guckt der Rekin, ne? Chiron, 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 hey, hier, komm mal hier, ja, hallo, guck guck, ja, ist er interessant, ne? Ist aber auch interessant hier, oh, das riecht gut, aber was ganz anderes, ne? Keine Leine, komm, wir gehen, komm, super. So, ist der Chiron unterwegs mit dem Nils, der ist schon mal vorneweg. Ha, Nils? Ja, und der Origi-Man, ha, komm schön, weiter Bea. Ja. Ja.